Jo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich am Bahnhof und es geht heute wieder zur Skisei nach Hamburg. Ja, es ist jetzt ein Jahr her, seitdem ich das erste Mal auf der Skisei war, ich freue mich mega drauf. Wir haben heute ein bisschen was geplant, ich hoffe, das können wir auch alles so umsetzen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher. Jo Freunde, was geht ab? Wir sind jetzt hier, es geht los, es regnet, Wetter scheiße, Leute sind geil, wie immer. Bist du nicht HeySanji? Den kenn ich nicht, mag ich nicht. Nein? Nein, Disneyland. Wie viel Interview? Nächste Woche 15 Uhr. Wo waren Sie gestern zwischen 12 Uhr und Mittag? Auf den Pott. Filmst du etwa? Nee, du? 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 Ja, immer diese Leute, die filmen. Ja, schlimm, ne? Filmst du etwa, warum filmst du nicht? Ja, genau. Weil ich keine Lust habe. Hier, nimm mein Handy, dann kannst du filmen. Oh, Alter. Willst du nicht Armin? Ja, natürlich. Ja, der YouTuber, ne? Ja, klar. Nee, aber verlinke ich den Kanal. Mm-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im-im. Richtig voll, nett noch. Das mach ich gar nicht. Wir sind nicht schweig. Filmst du? Ja, filmst du? Ja. Das ist aber schön. Wir sind nicht zusammen. Ja. Ja. Da sind wir. Ja. 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 Was sagst du, Manu? Reicht das? Das Video wird gesperrt. Das Video muss gesperrt werden. Ist er dabei? Nein. Du bist im Recall. Was? Wir suchen Shiza als nächsten Superstar und du bist offiziell im Recall. Ich will nicht. Was soll das? Was soll das? Was soll das sein? Herzlichen Glückwunsch. Wofür ist das? Das ist böse. Wofür ist das? Zum Glück haben wir damit gerechnet, denn wir haben 25 Recall-Zettel und hier hast du einen neuen. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin der größte Verreiß. Bitte, danke. Alles klar. Unser nächster Kandidat. Wie heißt du? Felix oder Kim. Ja. Es ist Standard. Das war alles geplant, ja? Ja, es war alles geplant. Okay, geht's. Ich schrieb es tausendmal. Bitte tötet mich etwas. Mir ist das scheißegal, denn wenn jemand an dich denkt, existierst du nicht überhaupt. Bloß ich, dass du nicht weißt, dass ich dich zum Exitieren brauche. Wenn ich vom siebten Stock auf den Boden klatsch, hoffe ich für dich, dass du bei dem ich liebe dich nicht mehr nicht gelogen hast. Mann, ich geh die Kippe 13, denn du machst das aus meinem scheiß Leben, wie Deadly Versys ist zu leben. Wenn mir durch dich der Tod hin und wieder droht, stinkt. Die meisten Leute hassen mich, doch wie kann ich es ändern? Ich rede nie mit Menschen, doch meine Texte sprechen Bänder. Und schlafen kann ich nicht, dank den Gedanken wie herumstreuner. Vertrauen kann mir niemand mehr. Wir wandeln nur noch zwischen Heuchern. Aber finde ich wenig besonderes, hoffe ich auf eine innige Freundschaft. Aber fuck it, wichtig werde ich nicht egal, was ich tu. Mein Kopf, yeah, there goes a bullet through. Wenn ich dir auf den Boden ankomme mit einem Loch in meinem Kopf, erscheint auf meinem Handy deine Nachricht. Ich liebe dich doch. Ich liebe dich doch. Bam, Alter! Wow! Was für ein Talent! Was für ein Talent! Das gibt den Preis, junger Mann. Du bist im Record! Damn! Yeah! WTF? Der hat sie geschafft! Das ist hoch. Das wäre ein heppiges Papier. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wann ist die nächste Runde? In 5 Jahren oder so. Gefällt mir. Stell dich vor. Ich bin Armin. Ich bin 26 Jahre alt. Und jetzt zeig uns dein Talent. So ein Talent? Ich hab keine Ahnung, was ich da so mache. Zeig deine Haare. Äh... Jetzt sieht er sich aus. Nein, nein. Ich mach es ein bisschen leichter für mich. Digga! Digga! Dieser Fall! Dieser Fall, Alter! Legendär! 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 Wir haben unseren Stuntman gefunden! Noch ein bisschen? Ja, guck! Ja, guck! Diesmal am besten nicht in die Richtung. Warte, ich fange. Warte! Warte! Spiderman! Mega stark! Es ist Spiderman! Junge! Das ist Talent! Jetzt haben wir wieder Netz auf dem Handy! WTF! Warte! Warte! Du bist ein Recon! Du bist weiter! Junge Mann! Dankeschön! Willst du noch wem grüßen? Nein! Ich grüße meine Mutter. Alles klar. Ich heiße Gardescher. Mein Talent ist der Bitch-Abgang. Bitch, please! Nee! Er ist einfach weg! Er ist Ninja! Mega geil! Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Nein! Das haben wir gesucht! Du bist ein Preis! Du bist weiter! Du bist im Recon! Danke! Willst du noch mal einen Abgang machen? Bitch, please! Hey! Wie heißt du und was ist dein Talent? Mein Name ist Nico und ich bin hässlich! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent? Das ist ein Talent! Du bist im Recon! Er ist im Recon! Wer ist im Recon? Wer ist im Recon? Wer ist im Recon? Er! Der Hässlige! Ich bin unbedingt nicht! Weil du nicht hässlich bist! Ich bin behindert! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Das ist kein Talent! Das ist kein Talent! Hallo! Kevin Rock! Danke! Willst du einen Preis haben? Ja! Ja? Lauter! Das ist hier so laut! Wir müssen lauter reden! Wir müssen lauter reden! Willst du einen Preis? Ja! Ja! Hast du ein Talent? Nein! Nein? Dann kriegst du keinen Preis! Dann machst du mit! Okay! Okay! Wer bist du und was ist dein Talent? Ich bin Marvin und ich hab kein Talent! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Das ist ein Übertalent! Ist das ein Talent? Das ist ein Supertalent! Krass! Du bist im Recon! Hier! Geil! Hey! Hallo! Hast du ein Talent? Mein Talent? Ja! Hast du ein Talent? Hast du ein Talent? Ich kann lange schlafen! Okay! Was hast du jetzt gedacht? Willst du einen Preis gewinnen? Nein! Nein! Sicher? Sicher nicht! Das ist ein guter Preis! Sicher? Ich will jetzt den Preis bezahlen! Du musst uns nur zeigen, was dein Talent ist! Zeigen! Ich kann nicht mit dieser Arbeit! Was wollen wir jetzt machen? Scheiße! Dann denk dir ein Talent aus! Was denk dir das aus? Du hast die Chance! Schlecht pfeifen! Schlecht? Zeig mal was du drauf hast! Ist das ein Talent? Ja, Mann! Das ist ein Talent! Oh, wow! TTF? Ja, los, Mann! Gib ihm seinen Preis! Du bist jetzt einer unter 24! Das ist aber geil! Wie fühlt man sich? Ein Superstar! Ein Superstar! Ja! Wir haben ihn! Jetzt muss er keine mehr sammeln! Er ist einer! Das ist unser Mann! Das ist unser Mann! Super Mario ist im Recon! Wir suchen weitere Talente! Ist das ein Talent? Nein, er will nicht! Er will nicht! Er will nicht! Immer noch auf der Suche nach Talente! Das ist Ayoko! Attacke! Hier, Ayoko! Ich will Attacke! Das! Shrey, Ayoko! Komm, Attacke! Unser nächstes Abfahr! Ja, ja, los, was geht's hier? Ayoko! Ja? Wir haben nicht gesucht! Ja? Wir suchen Talente! Warum? Und du hast ein Talent! Was denn? Das wissen wir nicht! Du kriegst einen Preis, wenn du uns dein Talent zeigst! Ich hab zwei Suskes zählt aus! Ist das ein Talent? Ne, das sind zwei! Das sind zwei Talente! Ist das ein Talent? Ja, es ist ein Talent! Das ist ein Talent! Ja, nice! Eigentlich hat sie das nicht verdient! Eigentlich hat sie das nicht verdient! Das hat sie eigentlich nicht verdient! Ich geh dann mal! Tschüss! Talente! Es ist zwar dunkel, aber scheiß drauf! Talente gibt's überall! Talente gibt's auch im Dunkeln! Das stimmt! Wir suchen Talente! Talente? Guck mal! Die tanzen da schon! Guck mal! Die tanzen schon für uns! Ja! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Wollt ihr mitmachen? Wir suchen einen Superstar! Ich krieg den Preis! Okay, es geht los! Es geht los! Ich hab dich auf YouTube abonniert! Danke! Ready to raffle! Man sieht halt schwer war! War das ein Talent? Ja, das war ein Talent! Ist das ein Talent? Ja! Das ist ein Talent! Ein Talent! Ein Talent! Das, was wir sehen wollen! Ein bisschen Recall! Hier! Du bist im Recall! Danke! Du bist auch im Recall! Wir haben auch einen Song! Du bist auch im Recall! Ich? Warum? Ich bin auch im Recall! Ich hab hier noch jemanden! Er meint, er hätte ein Talent! Wie heißt du und was ist dein Talent? Ich bin Kakashi und ich kann gut Rahmen essen! Kannst du uns das zeigen? Hast du eine Packung Rahmen mit? Leider nicht! Hast du noch ein anderes Talent? Gerade nicht! Das ist nicht das, was wir sehen wollen! Mein Flat Paradise hab ich nicht mit! Ich hab nur eine Packung! Er hat seinen Flat Paradise Band nicht mit! Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Er wird entfriert! Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Ist er ein Talent? Das ist ein Talent! Ist das dein Talent? Herzlichen Glückwunsch! Du bist im Recall! Mach weiter so! Ich glaube an dich! Was ist er? Nächstes Mal hab ich's mit! Third Paradise mit! Nice! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ein Talent wurde gefunden! Wir suchen weiter! Wir finden noch eine Menge Talente! Und kaum bin ich hier der Talentscout, kommen die ganzen Mädchen an! Oho! Oho! Er zieht die Mädchen an! Ist das ein Talent? Ich zieh sie an, du ziehst sie aus! Okay! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Du bist im Recall! Okay! Wir haben ja eine Kandidatin! Ja! Ja! Und sie meint sie hätte ein Talent! Sie hat ein Talent? Ja, ein Talent! Sie hat ein Talent! Meint sie! Und wie heißt sie? Juju! Und was ist dein Talent? Ich kann singen! Sagen andere! Sagen andere! Sagen andere! Sagen andere! Kann sie! Zeig mal was du kannst! Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Was ist das? Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Willkommen im Recall! Es geht ja ab! Okay! Wo bin ich nochmal? Wo bin ich nochmal? Ich dachte ich wäre auf der Cisai! Ich kann nicht mehr! Wir haben noch eine Dame! Wer ist das? Wer bin ich? Hey Miki! Hast du ein Talent? Vielleicht! 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 Ist diese Antwort überhaupt ein Talent? Vielleicht! Vielleicht! Was verbirgt sich hinter vielleicht? Zeig es uns! Das war ein Talent! Das war ein Talent! Das war ein Talent! Sicher? Sicher? Das war ein Talent! Du bist im Recall! 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 Das ist dein Talent! Du bist im Recall! Ich lasse ihr ihre Chance es viel größer zu bestehen! Sie kann singen! Ist sie ein Talent? Kann sie was? Sing mal! Sing mal was! Nein! Was soll ich denn singen? Lied! 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 Oh mein Gott! Ich kann nicht singen! Doch! Für die Fans! Los! Was soll ich denn jetzt singen? Lied! Lied! Oh Mann! Wow! Das war krass! War das krass? Das war krass! Das war mega krass! Mega krass? Mega krass! Du bist im Recall! Recall! Yeah! Yeah! Wow! Ich bin nach Hause! So, Spray hat mal wieder einen guten Fang! Wir haben ein Talent auf Empfehlungen von ihm! Haben wir ein Talent! Wie heißt du und was ist dein Talent? Olga und ich bin sehr gut im Singen! Alle können sie singen! Das ist sie! Hallo! Kann das ein Talent sein? Es kann ein Talent sein! Es kann ein Talent sein! Zeig es uns! Hat sie grad gesungen? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Ich hab nicht zugehört! Ich hab nicht zugehört! Nein! Ich hab nicht zugehört! Nein! Das ist ein Talent! Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Du bist im Recall! Das ist ein Talent! Das ist definitiv ein Talent! Recall! Recall! Du bist im 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 Recall! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was haben wir jetzt passiert? So! Diese Welt ist so strange! Ah! Wache Gewinner! 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 Was haben wir jetzt gewonnen? Wir sind im Recall von uns! Warum ist es Fokus heiß? Sie kann Hentai-Stimmen nachmachen! Warum kann ich Hentai-Stimmen nachmachen? Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Okay, warte! Das ist mein Talent! Ich kann erst mal das 6,5-jährige Mädchen! Oh, das ist voll gemein von dir! Oh, du bist aber du! Ja! Ja! Kann ich stille? Oh! 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 Oh, das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Das ist ein Talent! Ein Talent! Ein Talent! EANN ninguém. Recall! Bist du ein Talent? Brauchst du ein Talent? ObVI SIDA hat kein Talent! Willst du ein Preis gewinnen? Bet anstatt's mir auswählen! ..das kann nicht gut aussehen! ... was ist es auch, ja! Mach mal, mach mal! Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Das ist ett Talent! Das ist ein Talent! known! Jaaa! Ich hab wieder! Wuhuu! Recon! Bruder Stark! Bruder Stark! Nein, ich hab wohl zu! Jaaa! Abbruch! Steven! Deine Hand und was ist dein Talent? Deine Hand und was ist dein Talent? Umquaken. Umquaken! Nochmal! Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Ist das ein Talent? Das ist ein Talent! Recall! Recall! Das ist ein Talent. Was ist ein Talent? Nasenflügel backen. Alter, ist das ein Talent? Ja, das ist ein Mega-Talent. Was ist ein Mega-Talent? Das können so wenig Leute. Ja, du bist ein Recall. Du bist ein Recall! Mega-Talent! Du bist auch ein Recall! Du hast gar nichts gemacht. Ich bin nicht reingekommen. Aber zuerst da. Sie sind im Recall. Recall! 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 So Leute, das war's. Wir haben keine Recall-Zettel mehr. Alles leer. Ich hoffe, oder wir hoffen, die Videos. Es kommen zwei Videos auf Sanjis Kanal und auf meinem. Höchst wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Ich hoffe, die Videos haben euch soweit gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr uns das zeigen könnt. Bei mir denkt ihr dran. LTAB. Wir sehen uns bei allen meinen anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Und tschö tschö! Bis zum nächsten Mal. So Freunde, es ist ein bisschen lichtarm hier. Lichtarm? Weißt du das? Ah, wir sind im Kanal. Ja, natürlich. Ja, und wir haben die Nacht überlebt. Ja. Mehr oder weniger so halb tot. Man sieht das auch schon so. Die Falten, die Niedigkeiten und sowas. Mega geil auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Wir haben es jetzt gleich 6 Uhr morgens. Haben nicht geschlafen. Sind mega tot. Wollen jetzt den ersten Zug nehmen. Ich bin dann gegen 10 zu Hause und gehe ins Bett und werde danach irgendwann das Video editieren. Mein Beileid. Danke sehr. Ich werde dann nicht denken, wenn ich ins Bett falle. Danke. Danke. Wow. Das kann man irgendwie. Ja, ich weiß. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Jahr Ski sei. Dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ja, gib ihm einen Daumen nach oben. Und abonniert ihn. Abonniert seinen Kanal. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Danke für. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und tschü tschü. Ciao. Ciao. EIN Roman. In der Videobeschreibung. Auch우리 viele Ehre-chenk snowball. Handschabけれ ich hinaussch Th influence, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020